Mein Name ist Heike Merker und bei dem Projekt war ich die Maskenbildnerin. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt noch nie mit dem Ersten Weltkrieg auseinandergesetzt. Von daher war eigentlich das gesamte Thema für mich neu. Wir hatten einen großen Make-up-Artist, Heike Merker. Ein wunderbarer Wahl. Mit Heike, war es einfach ein Traum. Die Make-up, es sah perfekt. Was gibt es eigentlich alles für Kostüme? Wie sind die eigentlich aufgestellt? Wie dick sind die? Und dann habe ich erst mal realisiert, es ist ganz schön viel verpackt. Und dann habe ich so gedacht, wie gebe ich den einzelnen Charakteren die Unterstützung in ihrem Erlebnis durch Müdigkeit, durch Mangel, durch Zeichnung? Als ich angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass sich so viele unterschiedliche Schlammvarianten entwickeln kann. Was ist denn dieser Lehm, diese Erde, wo die die ganze Zeit drin rumrobben, Kämpfe haben und dann regnet es und dann spürt es es wieder ab. Und dann werden sie bombardiert und sind unter der Erde. Es ist dann nochmal eine ganz andere Patina oder Materialität des Ganzen. Und so hat sich das dann irgendwie zusammengebaut. Es wurde ja schon öfter verfilmt, aber nie von deutscher Seite. Das ist auch ein wichtiger Teil der Verarbeitung. Das alles zu einem Bild zu bringen, das war die größte Herausforderung für mich. Das alles zu einem Bild zu bringen, das ist auch ein Bild zu bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017